Wenn du einen Online-Shop hast, Neukunden gewinnen willst, dann hast du dir sicherlich schon mal die Frage gestellt, wie du es schaffst, deinen ROAS, also deinen Return on Ad Spend, zu steigern. Also wie du es schaffst, mehr an Umsatz aus deinem eingesetzten Werbebudget zu generieren. Also der Return on Ad Spend ist ja die Kennzahl, die angibt, was wird aus einem Euro Werbebudget an Umsatz generiert. Und mir ist einfach aufgefallen in der Vergangenheit, dass sich viele Leute auf die falschen Dinge fokussieren, wenn es eben um das Thema Return on Ad Spend geht. Viele schauen sich ganz viele Kennzahlen im Werbeanzeigenmanager an. Was haben wir für Kosten pro Klick? Was haben wir für Kosten, um 1000 Leute zu erreichen? Was haben wir für Kosten pro Akquisition? Aber eigentlich ist der größte Fokus halt erstmal, was habe ich für einen Return on Ad Spend? Weil am Ende ist es egal, wie viel du für einen Verkauf bezahlst, solange du damit profitabel bist. Weil es kann ja sein, dass eine Werbeanzeige, die du schaltest, dafür sorgt. Also wir haben jetzt hier eine Werbeanzeige und die sorgt dafür, dass jemand bei dir für 100 Euro im Shop kauft. So, jetzt kann es sein, dass du eine zweite Werbeanzeige hast und die sagt dafür, dass jemand für 150 Euro im Shop kauft. Und wenn du jetzt hier vielleicht 30 Euro Kosten pro Akquisition hast und hier 35 Euro, dann heißt es ja nicht, dass diese Werbeanzeige hier unten schlechter ist, nur weil die höhere Kosten pro Kauf hat, weil sie bringt dir auch mehr Umsatz. Das heißt, du musst dir halt diese Gesamtheit anschauen. Und am Ende setzt sich der Return on Ad Spend auch aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Nicht nur der Werbeanzeigenmanager und das, was du darin tust, ist dafür verantwortlich, wie viel Umsatz du machst, sondern am Ende ist es ein ganzheitlicher Prozess. Das heißt, du hast natürlich einmal die Facebook-Seite oder die Instagram-Seite, du hast einmal den Werbeanzeigenmanager, du hast aber auch noch deinen Online-Shop. Das heißt, das ist ein zweiter Einflussfaktor. So, und jetzt kann es sein, dass du aktuell aus deiner Werbung, vielleicht ist es auch für dich noch nicht messbar, aber vielleicht machst du aktuell, hast du einen Return on Ad Spend von 3 und sagst, den willst du erhöhen. So, jetzt kann es sein, dass du in deinem Shop eine Sache veränderst, weil du gesagt hast, okay, wir wollen gerne das anpassen oder das, dass deine Conversion Rate, also die Kennzahl, wie viel Prozent deiner Seitenbesucher tatsächlich kaufen, sich halbiert. So, das heißt, du musst dir auch immer diese Conversion Rate anschauen, CVR, weil es kann sein, dass du eine Änderung im Shop vornimmst, du hattest vorher 3% Conversion Rate, das heißt, drei Leute von 100 haben gekauft, du änderst eine Sache und auf einmal kaufen nur noch 1,5 Leute. Also 1,5% von 100, bedeutet, du machst den halben Umsatz, hast dir jetzt deinen Shop zerstört. Und das merken viele gar nicht, weil sie sich diese Kennzahl nicht anschauen. Was auch passieren würde im gleichen Zuge, ist, dass sich dadurch der Return on Ad Spend auch halbiert. Das heißt, hier sind wir auch nur noch bei 1,5, ab da verbrennt man teilweise Geld, ist nicht mehr profitabel. Das heißt, erstmal ist jetzt der Umsatz halbiert und die Werbeanzeigen sind nicht mehr profitabel. Und wenn du jetzt den Fehler machst, hier zu versuchen, das Problem zu lösen, dann wirst du es nicht lösen können. Das heißt, du musst hier ackern ohne Ende, dann kommst du vielleicht hier wieder auf einen höheren Wert. Aber das erstmal ausgleichen zu müssen, dafür bräuchte ich so eine Verdopplung in deiner Performance. Das heißt, du musst halt immer schauen, welcher Einflussfaktor hat jetzt gerade welche Änderung erzielt. Das heißt, was habe ich geändert und was hatte das für eine Auswirkung? Nur weil deine Werbeanzeigen nicht funktionieren oder nicht so gut oder einbrechen, heißt es nicht, dass es immer an der Werbeanzeige an sich liegt. Kann natürlich so sein. Wichtig, worauf ich dich aufmerksam machen will, betrachte das Ganze als kompletten Zusammenhang. Das heißt, alles hängt miteinander zusammen. Wenn du in deiner Werbeanzeige den Text änderst, kann es auch sein, dass sich das halbiert. Wenn du das Bild änderst und das sind eben diese Faktoren, da fehlen vielen diese Erfahrungswerte, was kann ich ändern, was hat welche Auswirkungen, wie schlimm ist was. Wenn du sagst, das Ganze ist für dich interessant, du willst gerne mal diese Ganzheitlichkeit verstehen, du möchtest nicht durch einen Klick dir deinen ganzen Umsatz kaputt machen oder du möchtest gerne hier eine gewisse Konstante reinhaben, du möchtest mehr neue Leute auf dich aufmerksam machen, auf deine Marke, du willst eine bekannte Marke aufbauen, profitable Werbeanzeigen schalten und weiter wachsen, dann kannst du dich gerne mal bei mir melden. Hier unter dem Video findest du einen Link, kannst du dich eintragen, ganz unverbindlich und kostenlos für ein Beratungsgespräch. Und wir schauen einfach mal, wie wir genau das für dich umgesetzt bekommen, wie wir es eben schaffen, deinen Return on Ad Spend so profitabel wie möglich zu bekommen, damit du eben weiter wachsen kannst. Und wenn du sagst, das ist für dich interessant, klick hier unter dem Video, trag dich gerne einfach mal ein. Wir haben schon mehrere Millionen Euro an Werbebudget ausgegeben, das heißt, wir wissen, was wir da tun und mit Sicherheit können wir auch dir dabei helfen, das Ganze weiter zu optimieren. In diesem Sinne, erstmal vielen Dank für die Zeit, trag dich jetzt ein für ein Beratungsgespräch und bis dann.